Hey, meine Rabauken! Heute ist unsere Aufgabe nach, Dinosauriern zu graben und diese freizuschalten. Gleichzeitig können wir Emerald Dinos verdienen, um uns bessere Ausrüstung kaufen zu können, bessere Bohrmaschinen. Es gibt so Bagger und es gibt, und es gibt, was weiß ich, was es heißt, es gibt heftige Sachen. Mit dabei ist die echte Elinsky. Hallo! Architektisches Hallo. Ah ne, archäologisches. Wenn wir... Haha, direkt reingefailt. Das hier sind die Dinosaurier, die wir freischalten. Wir haben jetzt zum Beispiel der Charonosaurus, ne? Genau, und hier haben wir den Triceratops. Genau, den kennt man natürlich. Der T-Rex, den gibt es auch am Stisse. Spinosaurus! Aber wir müssen erstmal... Boah, das ist ja aber alles auch groß, ey. Wir müssen erstmal finden, wo wir zu den Minen können. Ich vermute mal, das ist hier. Facility Exit. Da vorne sind die Minen! So, und jetzt müssten wir eigentlich nur nach den... Wow, die Musik, ey. Nur nach den... Ah, Stop-Musik. Genau, das machen wir mal. Jetzt müssten wir nur nach den Shop finden. Und dann kann's los. Alter, der hat uns 10 Emirates geschenkt, der Armbruder. Und jetzt können wir direkt uns gar nichts kaufen, weil alles viel teurer ist. Doch, hier rieb's das nur 10. Boah, guck mal diesen Large Driven Drill an. Das ist ja eine absolut kranke Maschine. Boah, ja, Mann. Okay, wir können uns den Trank kaufen. Wollen wir direkt? Der macht wahrscheinlich Sinn, oder? Jawohl, jawohl. Okay, mehr können wir uns erstmal nicht leisten im Shop. So, aber wir haben halt... Warte mal, wir haben doch gar keine... Hier ist noch ein Trank! Lol, hab ich gerippt. Haha. Äh, es gibt... Wir haben ja nicht mal eine Spitzhacke, Alter. Wie sollen wir denn überhaupt das abbauen? Ähm... Ich hoffe, die kriegen wir... Ich glaub, die kriegen wir am Eingang, weil da steht noch einer. Weil sonst ist hier... Lassen Sie uns rein. Dankeschön. Oh, die Schranke ist ja cool. Mach zu, Niederbär... Okay, ja, der folgt. Das sind die ersten Emiratis. Wir haben die Spitzhacke. Wir haben die Spitzhacke. Ich hab gar nichts bekommen. Hier hast du die Spitzhacke. Ja, nimm schnell. Jawohl. Oh, die ist heftig. Reparatur. Nice, okay. Hier sind die Dinosaurierknochen. So. Und der hat uns auch ein Emiratis geschenkt. Okay. Aber die Sache ist, wir müssen doch... Wir dürfen doch jetzt nicht die Knochen selbst abbauen, oder? Wir müssen die so frei legen. Können wir das überhaupt? Hast du es getestet? Ich hab's gerade abgebaut. Ist das so richtig? Okay, ja, doch, doch, das war richtig. Jetzt war ich kurz verwirrt, Alter. Aber klar, man muss die natürlich abbauen, wenn man die ins Labor bringen will. Ist natürlich eine ganz klare Nummer. Ah, das Ding ist riesig. Direkt T-Rex gefunden. Nee, locker nicht, war ein Tutorial. Hast du auch eine Spitzhacke? Ja, sicher. Ah, nice, okay. Nice, wir haben die Triceratops. Oh, yeah. Weil wir alle Teile abgebaut haben, haben wir die jetzt erforscht. Aber nicht ganz. Das ist doch nur der Körper gewesen, oder? Nee, nee, stimmt. Da hat man was gefehlt. Was ist das? Ah, hier sind noch Emeraldos. Die nehmen wir natürlich direkt auch noch mit. Ah, ich krieg auch Emeraldos, wenn du welche abbaust. Wir kriegen doppelt? Ja, scheiße. Illegal. Aber ich beschwere mich nicht. Warte mal, guck mal jetzt. Wie viel hast du? Elf. Zwölf. So, hab ich auch. Dreizehn. Nice, Alter. Double Money Glitch. Da beschwere mich ja nicht. So, du musst nach Knochenausschau halten hier. Du kennst den. Ich hab's, hab was. Ich hab auch was. Ich hab auch was. Ich hab was Cooleres. Ich hab was dreimal Cooleres. Oh, ich hab was Großes. Ich hab einen weiteren Körper, oder so. Ja, ich hab was Riesiges, oder? Oh Mann, das ist ohne Witz absolut gigantisch. Junge, das ist das Größte, was ich jemals... Elina, meinst du es größer. Tu doch nicht so. Ich baue immer noch ab. Ich auch. Immer noch. Ich auch. Immer noch. Ich auch. Das ist ohne Witz viel größer als das Erste. Ich bin gespannt. Ich kenne mich leider nicht so mega gut aus mit Dinosauriern. Wie heißen denn diese mit dem langen Hals? Die so Blattfresser sind. Ne, ein Stegosaurus ist... Ne, das ist der, der auf allen... Also, ja, die laufen alle auf allen Vieren, aber das ist dieser... Ah, ja. Das ist der... Na, wie beschreibt man den? Ja, ich weiß. Der hat so Stacheln auf dem Rücken und so. Den meine ich nicht. Ich meine diese richtig dicken Dinger. Die so richtig groß sind. Ja. Ah, ich hab weitere Triceratops-Sachen. Ah, ich hab den Kopf und den Schwanz. Nice. Der wird dann halt auch zum Leben erweckt, ne, wenn man alles hat. Es gibt aber, der Typ meint, es gibt auch Barrels und TNT und so. Alter, ohne witzig, ich baue immer noch an diesen Dingen hier. Dann ist doch viel für das Größeres. Aber ich hab noch nicht alles. Hier fehlt mir noch was. Ähm... Hallo? Hä? Ach, ne, der hat die mir geschenkt. Ich dachte, ich hab so einen unendlichen Emerald-Glitch hier gerade gefunden. Ah, der ist TNT. Hi, go food. Und hier ist ein weiterer Knochen. Den sammeln wir direkt auch an. Die sind wirklich... Also, wirklich schwer, glaube ich, vollständig abzubauen, man. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich jetzt alles hab. Der war so verwinkelt. Und jetzt hier oben auch noch. Hier geht's auch noch weiter, ey. Hier unten auch noch. Versteckt. Okay, hier haben wir alles. Hier auch nochmal. Hier auch. Hier. Jawoll! T-Rex, so musst du es sagen. Geil. Deswegen hast du auch so lange abgebaut, weil das der heftigste ist. Oh, wir kriegen Belohnung. Ne, das bin ich. Achso. Ich bau sie aber auch schon wieder drei Jahre. Ach, ne, jetzt wird's jetzt... Okay, nächstes gefunden. Jetzt hab ich aber auch Probleme hier. Ah, hier ist noch einer. Verdammt, das waren nicht alle. Jetzt hab ich Probleme hier. Oh, ich hab das nächste Tyrannosaurus Rex-Dingsbums discovered. Der ist fast fertig. Es fehlt nur noch der Kopf, Ben. Ich bin immer noch bei meinem. Ich finde... Kannst du mal zur Hilfe kommen? Ja. Ja, Alter, ohne Witz. Ich finde den letzten... Wo bist du denn, Ben? Ja, hier, siehst du mich? Ich seh dich. Ah, ich seh deinen Namen. Ich seh deinen Namen. Aber die ist ja voll, die Emma. Das brauchen wir jetzt mal direkt ab. Ja, nochmal. Okay. So. Ähm, hier. Und zwar hier in dieser Ecke. Ui, ui, ui. Ja, selber. Da hab ich schon viel abgebaut. Hier war das. Oh, ich hab noch eins. Ist es das? Weiß ich nicht. Ja! Ey, es war ganz oben, ey. Was ist das für einer? Ein... Oh, man konnte es nicht lesen. Okay, nice. Aber lass mal zurücklaufen. Unser verdientes Geld investieren. Investorenzins. Warte, ich mach erst mal hier. Hab ich nämlich zufällig gerade noch... Oh, hier ist noch eins direkt. Aber das baue ich nicht ab. Dann lass mal hier. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Moneten. So, hier noch. Hey, wir haben jetzt 130, 140 oder so schon, ne? Richtig, ja. So. Fast travel. Alter Schwede, hier ist noch richtig viel. Kriegst du noch was? Ja. Warte. Bin beim Shop. Warte, noch nicht aus. Ich hab allein 100. Fast. So, jetzt hab ich's. Okay. Okay. Gräb 4 mal 3. Der gräb 3 mal 5. Ist ein Bagger. Der 2 mal 3. Und der hier... Incredible Speed and Collects. Achso, das bist du. Okay, ich jetzt... Hallo. Gut, gut. Äh, ich kauf mir auf jeden Fall Ditti hier mal. Ja. Ich hab die Speed Portion gar nicht benutzt, werden wir gerade auf. Ich auch nicht. Okay. Äh, na gut. Wie viel hast du noch? Äh, ich hab 64 plus 30. Ah, 94. Elina kauft jetzt den Small Driven Drill. Oder? Kannst du den waschen? Yeah. Okay, warte. Ich glaub, den können wir jetzt hier... Den können wir, glaub ich, beide jetzt sogar benutzen. Respawn. Ähm, hast du sicher? Wurde es abgezogen? Also, nee. Achso. Hast du 100? Es macht eh eh. Ja, weil du nicht genug hast. Hast du 100? Glaub ich 100. 64 bis 49 ergibt doch nach Adam Riese. Ja, ja. Das ist easy 100. 113. Aber es macht eh eh. Eh eh. Warte mal, man kann die hier testen. Ich teste den mal. Ah, der ist schon sehr angenehm. Hört sich an, als ob das gar nicht verrecken würde, das Dinge. Handrill. Ich würde sagen, das ist schnell. Ist es jetzt aber so viel schneller, als die Spitzhacke? Ich bin mir ehrlich gesagt da gar nicht sicher. Okay. Wir müssen die nächsten Skelette finden. Und anschließend uns mal die ersten Geräte kaufen, ey. Ich glaub, manche Fossile sieht man gar nicht von außen. Hat der Typ nämlich mir gerade erzählt. Oh. Das wird etwas komplizierter dann, ey. Ah, hier hab ich noch eins. Oh, das ist ein kleines. Das war ein megakleines. Hä, das war's? Oh Mann, das war ein... Was war das? Das war ein halber Knochen, ey. Das ist ein Lagerfeuer. War es hier schon? Ähm. Warst du nicht? Weil da sind Knochen. Ah, haben wir direkt gefunden. Boah, mit dem Drill ist das schon geiler, sag ich dir, Alter. Der baut hier schon deutlich, deutlich schneller. Das merkt man direkt. Oh, das ist wieder so ein verwinkelter Heimer, Lina. Das ist wieder eine ganz große Suchaktion, ey. Das ist eine Rescue-Action. Mann, ist der groß. Bam. Prontosaurus. Kopf, Körper. Das war's. Wir haben noch keinen vollständig zusammen, ne? Nee, aber der Tyrannosaurus, Alter. Wir brauchen nur noch den Kopf. Ja, oder der Erste. Wir brauchen auch nicht mehr viel. Eins noch, halt. Alter, ich hab einen mitten im Dings gefunden, den man nicht von außen sieht. Oh, ich hab auch einen gerade gefunden, Alter. Bitte lass den Tyranny sein, Alter. Weißt du, was Rex heißt? König. Ja, mein Hund hieß so. Ja, das heißt König. Ja, mein Hund war auch ein König, Alter. Leider schon ein bisschen länger her. War ein deutscher Schäferhund und es war ein Ehrenbruder. Oh, schade. Wir haben einen neuen gefunden. Ich glaube, ich hab zwei sogar. Zwei Skalte nebeneinander, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Na, die sind ziemlich groß, ey. Schaut euch das mal an, ey. Safe sind das doch nicht eins, oder? Vielleicht hast du gerade einen Kopf gefunden oder so. Oder vielleicht doch. Ne, ist ein Safe zwei, als ob die so nah beieinander wären. Aber, nein, die haben die Händchen gehalten. Oh, das sieht mir stark nach dem Kopf aus. Wenn das kann nur ein Kopf sein. Ohne Witz. Wenn das ein Körper ist, dann, äh, dann esse ich, äh, geil Kinder-Schokolade. Was ist das für die Bestrafung? Ist ja völlig sinnlos. Mann, ich suche jetzt hier aber auch gerade einen, so einen Einzelnen. Ah, da. Ah, da hab ich's doch erblickt. Okay, wir kommen wieder hoch. Oh. Nein. Ist das nicht der Kopf? Ist der Kopf? Ich hab ne ganz neun nochmal, Spinosaurus. Wir haben noch keinen vollständigen, ey. Mann, du Meter. Lass mal direkt sparen auf das Teuerste. Ich will ja gar keine Faxe machen. Ich will mir direkt diesen Superdrick kaufen. Lass jetzt mal, hier ist noch ein Skelett. Lass es ausgraben. Ja, mach du mal. Ich kümmere mich um den Geneten. Ja, aber soll ich dir helfen? Das war sogar ein Kopf, aber das war nicht der Kopf, den ich haben wollte. Ach so. Nee, ich schaff das alleine. Keine, keine. Hab das studiert. Bin Archäologe. Ich wusste es am Anfang nicht mehr, wie das heißt. Och. Hab mich nur versprochen. Wir sollten jetzt eigentlich genug Moneten haben für die heftigste Maschine. Ey, wir haben drei Stacks, Mann. Das ist heftig. Ups. Oh, oh. Oh, zum Glück. Ich hab auch so viel in diesem Fast-Travel weggeschmissen. So, dann rücken Sie mal raus, hier die ganz teure Bütze. Alter, ich hab hier noch was gefunden. Aber ich glaub, das ist ein Oberkörper. Elina. Ist mir völlig egal. Ich hab die heftigste Maschine. Okay. Versteigen wir. Alter. Wir fahren los. Komm, Elina. So, was macht der? Vier mal drei, oder was? Auf die Bude. Probier's aus, Ben. Oh, warte, ich hänge. So, jetzt hier ran. Ja, der ist so Stein. Den Stein kann man nicht abbauen. Wartet. Wir müssen tiefe ran. Hier jetzt, genau. Ja, bisher kann der seine Power noch nicht so ausleben hier. Mann, ey. Da ist das überall Stein. Das kann man gar nicht chillig abbauen. Hier, guck mal, wieder Stein. Das kann ich nicht abbauen. Aber der ist so gesehen schon geil. Aber der Stein. Hier, wieder Stein. Überall Stein. Elina, es ist überall Stein. Ja, weißt du das? Das ist sehr frecher. Ich muss mal eine Stelle finden, wo ich es so reinschöpern kann. Oha, ich habe hier durchgegraben. Aber da war ich schon. Warte. Mal. Haben wir denn jetzt ein Dinosaurier vollständig? Nein. Ich suche ja hier so ein Pfeil. Oh, ich habe Emirados. Das war es noch nicht. Hast du einen? Nein. Ich brauche noch einen Pfeil, oder so? Weil ich helfe dir. Komm mal durch. Ja, ja, ich komme. Hörst du nicht? Alter. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir hier kaputt. Ich glaube, du musst nach links, oder so. Ja, du musst nach oben gucken. Weil da kann ich nicht abwauen. Das muss wohl hier sein. Also hier, nee. Also ich habe jetzt wirklich hier hunderte Blöcke abgebaut, Elina. Mann, wo ist es denn? Da ist es, da ist es. Warte, du festgebrochen. Ah ja, da. Ha. Ha. Oh ja, wir haben einen vollständig. Nee. Doch. Doch. Okay, lass mal zurückgehen. Nice. Create a living dinosaur. Zurück. Ah, okay. Ah, okay. Create, create. Was habe ich hier eigentlich? Banner? Okay. Bam. Und? Oh. Oh, der sieht ja gefährlich aus. Der sieht gefährlich aus. Oh, ich glaube, wir sollen hier wieder in der Renn. Mann, der hat aber ein Tempo, ey. Komm, wir die sauer gar nicht angucken. Okay, der kommt jetzt raus ins Gehege, glaube ich. Da ist er. Ja. Oh. Hey. Kräfte. Kräfte ja nicht an, oder sah das jetzt mal raus? Alter, Mann, viel Spaß. Wer hat jetzt Spaß, hä? Boah, Alter. Boah, Alter. Hier, lauf mal ein bisschen hier rum. Ich glaube nicht, dass das so geplant ist. Ich habe den... Ah, der geht auch nicht. Ja, zum Glück, ey. Nice, Mann. Dinosaurier-Austier. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Das haben einige, viele von euch, sehr viele von euch tatsächlich noch nicht gemacht. Also holt das auf jeden Fall nach. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschau.